Was ist Faschismus? Faschismus. Sie wollen uns glauben machen, dass der Faschismus so aussieht oder das sein soll oder auch so. Dabei ist der Faschismus völlig etwas anderes. Und hier der funke.ch in der Theorie. Was ist eigentlich Faschismus? Beim Faschismus handelt es sich dabei um eine Bewegung, die vor allem gegen die organisierte Arbeiterklasse, Gewerkschaften, Arbeiterparteien gerichtet ist und zum Ziel hat, sämtliche Formen des organisierten Proletariats mit Gewalt zu zerschlagen. KS.de. Was ist Faschismus? Extremismus. Der italienische Faschismus zeichnete sich aus durch ein autoritäres, demokratieablehnendes und auf einen Führer zentriertes Regierungssystem, durch eine aggressive und auf Eroberung zielende Außenpolitik, durch eine Aufwertung der Rolle des Militärs. Der Faschismus ist eine Form des radikalen, rechtsgerichteten, autoritären Ultranationalismus, der sich durch diktatorische Macht, gewaltsame Unterdrückung der Opposition und starke Reglementierung von Gesellschaft und Wirtschaft auszeichnet. Der Begriff ist abgeleitet von Fascio, italienisch für Bund oder Bündel. Das Logo der Faschisten war ein Rutenbündel, das die Stärke und Überlegenheit einer Gemeinschaft gegenüber Einzelnen symbolisieren sollte. Aber sie ist eben gegenüber eines Einzelnen. Aus den ab 1919 gegründeten Kampfbünden Fascio di Combattimento formte Benito Mussolini 1921 der faschistische Partei Italiens mit ihm als autoritären Führer. Sie kämpfte mit aggressiver Propaganda und offenem Strassenterror gegen Sozialismus und Kommunismus. Der Faschismus ist eine Form des radikalen, rechtsgerichteten Autoren, hatten wir schon. Und so sieht es aus. Der Fascio, die Bündel, Fascio von Fasern, die zusammengebunden werden, mit einer Axt zusammen, sollte symbolisieren die Kraft, eben die Überlegenheit, die Stärke des Gemeinsamen gegenüber eines Einzelnen. Auch bei Lincoln das Fascio auf der Statue, bei den Franzosen sogar im Pass, rechts italienische Fascio und unten links italienisch, Schweiz, Fascio und eben Kanton St. Gallen hat es als einziger Kanton in der Kantonsmappe. Aber das Bündel sieht so aus. Unten links haben wir da auch diese weiße Säule. Dann in der Mitte haben wir die UN, eben die United Nations, was ja auch ein großes Bündel ist von irgendwelchen elitären Mitgliedern oder sich mächtig fühlenden, weil sie gewählt wurden, oben rechts müsste auch die UN sein, aber in einem anderen Gremium. Ja, Verschwörung, sie tun sich zusammen, sie bestimmen etwas und dann wird das entsprechend umgesetzt, geplant. Aber sie müssen es ja auch ankündigen, weil sonst haben sie die Zustimmung des Volkes nicht. Also der Faschismus ist Faschismus, Faschismus, reaktionäre politische Richtung und Herrschaftsform von italienischen Fascio-Bund-Bündel. Der ist immer noch, der war nicht, der ist immer noch. Wir haben eben diese Axt obendran, also wenn man da aus diesem Bündel ausscheren will, aus diesem Faschismus, dann kommt die Axt und haut einem das Haupt ab. Deswegen haben wir hier die Etymologie-Episode Behauptung verlinkt. Sozialismus ist Faschismus, erste Entwicklungsstufe der sozial-ökonomischen Gesellschaftsformation des Kommunismus, also quasi die Vorstufe zum Kommunismus, sowie Lehre vom Aufbau und der Entwicklung der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft. Kommunismus ist Faschismus, Kommunismus, Gesellschaftsformation, die auf dem gesellschaftlichen Eigentum an Produktionsmitteln beruht, sowie die Lehre vom Aufbau der Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten dieser Gesellschaftsordnung. Demokratismus ist Faschismus, Demokratismus bezeugt und weiterhin gleichbedeutend wie Demokratie, Die Demokratie, Herrschaft der Mehrheit, die Mehrheit herrscht über die Minderheit, eines Volkes, Staat mit demokratischer Regierungsform. Und wenn man sagen würde, die Demokratie wäre eine Mehrheitsfindungsform, dann könnte sich ja die Mehrheit finden, aber muss die Minderheit nicht bedrängen. Diktatur ist Faschismus, Diktatur allgemeine unumschränkte Herrschaft, also da gibt es kein Mitspracherecht und ist auch sehr gewaltbereit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!